Ja, hallo und willkommen hier zur siebten Folge Supermissi 1914 mit dem Nordschat auf der Nahostenkarte. Wir haben es, Tag Nummer 7 und wir stehen auf Platz 1 mit 157 Siegpunkten. Ja und unser Krieg hier im Süden ist doch besser gelaufen als gedacht. Der Gegner ist jetzt zwar aufmarschiert, hat aber dann nichts weiter gemacht. Er hatte jetzt hier die beiden Provinzen eingenommen, wir konnten eine zurückerobern. Ich habe mich jetzt mit meiner Armee erstmal zurückgezogen, hier auf unsere gut moralisierte Provinz. Das sollte zumindest jetzt erstmal dafür sorgen, dass die hier wieder ein bisschen heilt, die Armee. Und dann werden wir auf jeden Fall den Angriff hier auf seine zweite Panzerwagenbrigade bzw. das zweite Panzerwagenkorps starten und dann hoffentlich dann auch besiegen. Und dann sollten wir ihn eigentlich militärisch besiegt haben. Er hat da nicht mehr viel. Wir können ja mal in die Zeit angucken, wie sieht es denn hier verlusttechnisch aus. Es steht bei 6.000 zu 25.000. Das ist auf jeden Fall erstmal okay. Wenn wir jetzt hier auf seine Einheiten gucken, was hat er bis jetzt insgesamt verloren. Sehen wir 25.000. Wir sind bei 34.000. Wir haben aber schon deutlich mehr Provinzen. Also von daher denke ich mal, sind wir da auf einem sehr guten Weg. Und wir werden dann heute im Laufe des Tages hoffentlich hier durchmarschieren können, um ihn dann zu besiegen. So, jetzt müssen wir uns aber trotzdem nochmal überlegen, wegen unseren Fabriken. Ich habe jetzt hier einen in Auftrag gegeben. Ich habe hier einen in Auftrag gegeben. Ich bin der Meinung, dass ich noch irgendwo nochmal Werkstätten gebaut habe. Genau, und zwar in der Ölprovinz. Stimmt. Und auch hier würde ich jetzt einfach mal die Fabrik in Auftrag geben. So, dass wir drei Stück bauen. Ich denke, das sollte machbar sein. Wir können auch hier oben, würde ich jetzt nochmal eine Eisenbahn bauen, wegen der Kohle. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und dann gucken wir einfach mal. Genau, wir haben nämlich eine sehr geringe Ölproduktion. Das ist nicht so schön. Ist aber im Prinzip jetzt auch nicht so dramatisch. Wir können ein bisschen Öl einkaufen. 5000 auch noch. So sollte klappen. Und Stahl und Holz haben wir genügend. Wir kaufen noch ein kleines bisschen Holz noch ein. So, dann sollte das auf jeden Fall passen. Und dann können wir hier weiter machen. Also der Plan sieht jetzt vor, dass wir hier den Spieler besiegen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er irgendwie aktiv noch ist. Er bewegt jetzt hier einen Fesselballon. Ich kann aber nicht sagen, ob der vorher schon unterwegs war oder ob der heute erst besiegt wurde. Äh, Quatsch, bewegt wurde. Ähm, wie gesagt, ich war die letzten Tage wirklich relativ, äh, busy. Und konnte nicht so oft reingucken. Deswegen bin ich auch totmüde. Gut, wenn, ähm, französisch Aquatorial Afrika besiegt ist, würde ich sagen, gehen wir auf den Sudan. Ich denke, das macht auch Sinn, damit wir dann zum Schluss Kenia angreifen können. Und dann gehört uns hier der Teil eigentlich auch schon. Also das ist jetzt hier die Koalition, die wirklich theoretisch die Macht hatte, uns zu besiegen. Immer noch, also ohne Frage. Ähm, aber sie müssen halt aktiv werden. Und sie sind halt alle inaktiv, habe ich das Gefühl. Also laut offizierter Zeitung sind sie noch aktiv, aber sie machen halt nicht wirklich was. Oh doch, jetzt sehe ich hier oben gerade, Kenia ist aktiv. Aber das ist halt zu wenig. Die könnten halt viel, viel, viel mehr machen. Wir sind hier so beschäftigt. Wir hatten hier echt Probleme. Die hätten hier ohne Probleme in die Hauptstadt durchrennen können und wir wären besiegt gewesen. Ich glaube, das ist halt das, was viele Gegner unterschätzen. Also es gibt wirklich Situationen, da müsst ihr einfach mal aktiv sein. Und das ist eigentlich, oder beziehungsweise aggressiv sein. Und das ist immer dann, wenn die ihren Gegner überraschen. Und die haben mich überrascht. Also ohne Frage, mit diesem Angriff habe ich überhaupt nicht gerechnet hier im Süden. Hier stand nicht viel. Sie hätten Verluste gemacht, ohne Frage. Aber sie wären hier locker durchgekommen. Also von daher, ja, es wäre deutlich schlauer gewesen durchzuziehen. Und dann hätten die hier am ersten Tag den Bereich locker einnehmen können. Und dann wären wir besiegt gewesen. Das wäre unser Kernland gewesen, unsere Hauptstadt wäre weg gewesen. Das hätten wir nicht mehr, davon wären wir nicht mehr zurückgekommen. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Also da bin ich mir zu 1000% sicher, dass wir das nicht nochmal hingekriegt hätten. Genau. Damit steht jetzt wieder der Plan. Wir müssen dann mal gucken, wie wir weitermachen. Ich denke aber, dass hier erstmal das Besiegen der Koalition deutlich besser ist. Wie sieht es denn beim Sudan eigentlich aus? Ja, das sind halt alles. Na gut, Kenia hat schon ein bisschen mehr gemacht. Aber das sind halt die ersten Kriege, die die führen. Also sprich, die haben noch die erste... Also die haben noch ihre Anfangsarmee plus die Einheitenproduktion von sieben Tagen. Also sind sie locker bei 100.000, 120.000 Truppen jeweils. Weil was stehen wir? Ja gut, wir haben 157.000. Aber wir stehen halt gegen zwei Länder. Und es könnte auch durchaus sein, dass sie mehr haben. Aber wir, die haben provinztechnisch 12, also 10. Jede pro Tag im Schnitt eine. So, dann sind die bei weit über 200 Einheiten. Zehn Provinzen machen in sieben Tagen 70... 70 Einheiten. 80, na gut, 150, 160. Ja, könnte passen. Am Anfang ist die Produktion ein bisschen niedriger. Ja, könnte passen. So irgendwas zwischen 150.000 und 200.000 Einheiten würde ich jetzt einfach mal schätzen. Gut, damit würde ich sagen, gucken wir einfach mal in die Zukunft. Wir sehen, dass unser Kollege das Osmanische Reich jetzt nicht so aktiv ist, wie ich das gerne sehen würde. Ist aber noch okay. Wir sind, glaube ich, mit dem Osmanischen Reich Platz 1 und 2 genau. Also von daher ist es okay. Ah, nee. Marok und Mauritanien haben ihn eingeholt. Ja, aber auch das mit einer Provinzunterschied ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, aber bei uns gehen auch so ein bisschen die Koalitionspartner aus. Also wir könnten hier den Offizier noch fragen, der hier oben aber gut was verloren hat. Vermute auch, dass der... Ja gut, der hat einheitentechnisch viel verloren. Da müssen wir einfach mal gucken. Gut, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.